Hallo Grillfreunde, heute machen wir einen absoluten Klassiker und zwar im Dutch Ofen gibt es eine deftige Erbsensuppe. Ja, wieso gibt es Erbsensuppe? Ich habe meine Familie gefragt und unser jüngster Sohn sagt, ich will Erbsensuppe. Macht man heute im Dutch Ofen, er will auch nichts großartiger rum experimentiert haben. Wird absolut eine klassische Geschichte und welche Zutaten ich dafür verwende, die habe ich alle hier unten stehen, ich blende die einfach mal ein. Hier die ganzen Zutaten, ich habe hier einen Kilo Erbsen, ich hoffe das reicht für uns, aber ich denke schon. Dann habe ich einen Sellerie, eine Gemüsepaste, ihr könnt genauso gut eine Gemüsebrühe oder sowas nehmen, also ich nehme halt meine selbstgemachte Paste. Wir brauchen Zwiebeln, Kartoffeln und Möhren. Ich habe hier so ein paar Schälrippchen, also Kasslerrippchen, die kommen einfach so mit rein, sorgen richtig für Bums. Dann Lorbeerblätter, einen Bauchspeck in einem geräucherten, Majoran darf natürlich nicht fehlen und Pfeffer und Salz. Als erstes werden wir jetzt den Schinkenspeck, also den Bauchspeck würfeln. Die Schwarte werden wir abmachen, die kommt so mit rein, also nicht klein schneiden, die können wir hinterher herausfischen, sorgt nochmal zusätzlich für Geschmack. Dann werden die Zwiebeln gewürfelt, die kommen ebenfalls mit rein, ein bisschen glasig braten. Und dann geht es schon mit den Erbsen weiter, aber erstmal Schritt für Schritt bis dahin. Und dann geht es schon mit der Zwiebeln. Und dann geht es schon mit der Zwiebeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das, was jetzt drin ist, darf jetzt, ja, die Erbsen brauchen ca. eine 1,5 Stunden, also eine Stunde darf das jetzt da drinnen köcheln, in der Zeit bereiten wir jetzt noch die Kartoffeln und die Möhren zu, wenn wir die jetzt schon rein machen würden, ja, die brauchen halt eine halbe Stunde maximal, die wären einfach nur Mousse, die würden zerkochen, deswegen gehen wir die eine halbe Stunde vor Schluss rein, die schäle ich jetzt und schneide die entsprechend klein. Musik Alles ist drin, es muss eine halbe Stunde jetzt noch köcheln, ja, die Möhren und die Kartoffeln brauchen ca. eine halbe Stunde. Schmeckt das nach eurem Gedünken ab, ich habe jetzt eine Majoran dran, ca. 2 Esslöffel und ein bisschen Pfeffer, Salz braucht die ganze Sache nicht mehr, durch den Bauchspeck und den Kassler ist da wirklich reichlich dran. Ich lasse es jetzt noch eine halbe Stunde köcheln und dann, ja, dann sollte das deftige Essen, genau das Richtige bei so einem kalten, schmutteligen Wetter, fertig sein und dann wird probiert. Musik Ihr habt ja meinen Teller nun schon gesehen, aber probiert habe ich noch nicht. Na, mal aus dem Topf genascht, aber so das Endprodukt noch nicht. Ist das verdammt heiß, aus dem Datschofen natürlich, wie immer. Das ist echt Bombe. Oh, heiß. Absolut fantastisch. Also kein Vergleich mit einer Erbsensuppe aus der Dose. Ich stelle das mal zur Seite. Ich bin total begeistert. Ewig nicht gemacht. Selber Erbsensuppe. Hervorragende Sache. Also Würstchen gibt es dazu nicht bei uns. Dafür habe ich ja die Schee-Rippchen reingelegt. Absolute Bombe. Wenn es euch gefallen hat, macht das unbedingt mal nach. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Sonntag. Euer Ulf Salam BBQ wieder sein Selbstkirchen. So, besser alles zwischen sagden können.